Hallo, das nächste Wochenende steht bevor. Es ist Freitagmittag. Ich habe alles, hoffentlich, alles eingepackt und es geht jetzt los. Wir fahren mit dem Ziel Königstein in der Sächsischen Schweiz. Ich habe mir einen Parkplatz beim Park4night rausgesucht, in der Hoffnung, dass es ein guter Platz ist. Ich hoffe, dass ich vor der Dunkelheit ankomme, dann ist es immer besser, wenn man dann alles noch im Hellen sieht. Ja, wir fahren jetzt hier nördlich von Berlin los. Mein Navi sagt drei Stunden und fünf Minuten und es sieht jetzt nach Regen aus. Ich hoffe, dass es nicht wie letztes Wochenende am Müritsee wieder ein regnerisches Wochenende wird. Eigentlich sagt der Wetterbericht. Das mag ich total gern dort. Dort kenne ich mich aus, dort fühle ich mich wohl, dort fühle ich mich zu Hause. Okay, und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann schaut euch doch gern dieses Video an. Lasst doch ein Abo da. Einfach unten auf Abonnieren klicken. Würde mich total freuen. Ja, ansonsten, auf geht's! Seht mal, da hinten die Häuser. Das ist Pirna. Wir haben ein Plätzchen gefunden. Schaut mal, da ist der Königstein. Hier steht Werner. Und da ist der Pfaffenstein. Und wir stehen hier direkt am Waldrand. Schaut doch mal diesen genialen Blick auf den Königstein. Und hier ist der Pfaffenstein. So, ich mach jetzt mal so rum die Kamera. Ihr seht mich eh nicht, weil es ganz dunkel ist. Ich bin doch nochmal umgeswitcht. Der andere Platz am Pfaffenstein hatte keine mobilen Daten. Und jetzt bin ich hier direkt an der Elbe im Königstein und stehe hier mit Blick auf die Festung. Superschön. Ich habe es mir jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht. Kessi schläft hier schon hinter mir. Und so sieht es hier gemütlich aus. Und jetzt bin ich langsam müde. Jetzt baue ich mir mein Bett. Ich freue mich schon echt morgen drauf, die Tür hier aufzumachen. Weil ich habe das Auto genau gesagt, dass ich, wenn ich die Tür aufmache, direkt auf die Elbe schauen kann. Na hallo, guten Morgen. Guten Morgen, meine Dickel. Wie schön ist dieser Platz. Unglaublich schön. Davon habe ich geträumt. Es ist ein bisschen windig heute, aber die Sonne scheint. Und das ist wunderschön hier. Da oben ist die Festung Königstein. Und wir stehen hier direkt an der Elbe. Der beste Platz, den ich je hatte. Mit Internet wohlgemerkt. Bis dann weiter mit. Tür. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, alles ist gepackt. Alles ist verstaut. Und jetzt geht's los zu unserer Wanderung. Wir machen nochmal einen kleinen Blick hier an die Elbe. Hier hängen übrigens meine Lappen. Ich habe hier ganz viele Magnete im Auto. So kann ich immer überall alles anhängen, dass es trocknet. Und der letzte Blick auf Königstein. Und Kessi sieht gar nicht aus, als wenn sie Lust hätte. Aber jetzt geht's los. Musik Wir haben mal kurz Rast gemacht. Und schaut mal hier hinter mir. Der Ausblick ist genial. Hier hinter mir ist Wählen. Und hier zu dieser Seite gucken wir auf Raten. Das sieht man jetzt nicht hinter dem Buckelberg. Musik 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 Es kann losgehen. Rucksack ist gepackt. Wanderoutfit. Wanderoutfit ist an. Wanderoutfit ist an. Auto steht auch sicher. Hoffe ich jedenfalls. Und jetzt geht's hier lang Richtung Braunsteine. Musik Ich hoffe ihr hört mich. Hier ist etwas windig. Schaut mal dort ist der Mönch. Das ist am anderen Elbufer. Die Nonne ist hier. Die Nonne ist hier auf meiner Seite ungefähr 500 Meter Luftlinie. Vielleicht kann ich sie euch auch noch zeigen. Und dann ist hier die Bastille zu sehen. Musik Ja, wollte ich euch nur kurz mal zeigen. Jetzt geht's weiter. Musik 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 Trotz kleiner Klettereinheit sind wir jetzt angekommen. Die ersten Felsen der rauen Steine sind das. Musik Ach, was kommt denn da zum Vorschein? Die Nonne. Die Nonne. Vorhin habe ich euch ja den Mönch gezeigt auf der anderen Elbseite. Jetzt haben wir hier die Nonne gefunden. Musik 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 So, jetzt sind wir hier an der Gaststätte Rauenstein angekommen. Mal gucken, ob wir noch ein Plätzchen bekommen. Es sieht echt voll aus. Musik 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 Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Hier ist der Königstein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist so ein richtiger dunkler Gruselwald, ohne Pflanzen, nur die Bäume und da innen ist alles braun, weil kein Licht rankam. Musik 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 Ich bin oben. Schaut mal, wo ich bin. Direkt hinter mir ist die Bastei. Und hier unten im Tal, da fließt die Elbe. Die Bastei ist am anderen Ufer der Elbe. Noch einmal den Rundumblick hier oben. Und dann geht es wieder runter. Da unten sitzt Cassie. Sieht man gar nicht, oder? Da ist sie. Da dreht sie sich weg, weil sie zickt, dass sie nicht mit durfte. Aber Hunde können nun mal nicht klettern. So, da sind die Raunsteine versteckt. Hier sind die Radner Felsen. Unten ist die Elbe. Und da ist die Bastei. Da oben seht ihr sie. Ja, und ich bin hier richtig hoch. Muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Da unten ist das Ende. Hier sind nochmal die Raunsteine und hier sieht man auch gut den Lirienstein. Der Lirienstein. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.